Ich will dir was zeigen. Wer ist das? Eine Sängerin. Verblüffend. Mein Vater will, dass ich nach New York fliege. Er möchte, dass ich dort eine Frau treffe, die eine Doppelgängerin meiner Mutter zu sein scheint. Entschuldigen Sie bitte. Sie waren fantastisch. Sieht sie, Evelyn? Wirklich? So wenig? Ja, jetzt wäre sie wieder auferstanden. Hast du mit ihr gesprochen? Eigentlich nicht. Was heißt das? Wann wirst du mit ihr sprechen? Ich wollte sie fragen, ob sie mir helfen könnten, mit Katharina in Kontakt zu treten. Unter einer Bedingung. Wie wäre? Dass du die Nacht mit mir verbringst. Das ist Erpressung. Ja. Von der bösesten Art. Sie kommen hierher mit einer alten Fotografie, auf der eine Frau ist, die mir vage ähnlich sieht. Und sie glauben damit, ein Recht zu haben, in mein Leben einzugreifen. Sie kannte meine Mutter. Evelyn. Sie wusste sogar ihren Namen. Das ist schon seltsam. Was haben Sie mit meiner Mutter gemacht? Aber dann ist diese ganze Geschichte mit meinem Vater vielleicht auch eine Lüge? Wahrscheinlich. Wird sie mit ihr kommen? Sie kann nicht einfach so weg. Wer ist denn dann mein Vater? Ich weiß es nicht. Wieder mal zu viel getrunken? Ihnen nicht. Der hat mein Pakt geschlossen. Ich hab ne Überraschung für dich. Wer soll das sein? Sie waren ihr Geliebter. Auf die Zukunft. Auf die Vergangenheit. Auf die Vergangenheit.